Hallo, ich bin Brody Borges, Doktorand an der Universität Kiel und willkommen zu unserer Virtual Tour. Das blaue Gebäude ist das Uni-Hochhaus. Es ist an der Olshausenstraße gegenüber Audimax. Auf dem TU-Platz ist Audimax. Da sind viele Hohesäle, wo viele Studenten ihre Vorlesungen haben. In einer normalen Situation sind mehrere Studenten da und wir hoffen, dass es wieder so geht. Das ist eine von unseren zwei Mensen, die Mensa 1. Hier kannst du dein Mittagessen haben nach deiner Volllesung oder einfach ein Snack in Nachmittags. Gehen wir jetzt die Straße entlang. Auf der einen Seite kannst du das Fitnessstudium sehen oder FITS. Das kann von allen Studenten benutzt werden. Auf der anderen Seite ist das Sportzentrum mit einer großen Sporthalle und einem Schwimmbad und viele andere Sportangebote wie Fußball, Basketball und viel mehr. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Das ist die Zentralbibliothek. Hier kannst du jedes Buch finden, das du eventuell nicht in deiner Fakultätsbibliothek finden kannst. Hier sind wir an der Botanische Garten. Falls du eine Pause brauchst, kannst du einfach im Botanische Garten die Natur genießen. Bis zum nächsten Mal.